G-Bar, Gloves for Sports Mein Name ist Martin Dudas. Ich betreibe Bodybuilding seit meinem 19. Lebensjahr. Meine größten Erfolge sind mehrmaliger Teilnehmer der Arnold Classic und Mr. Olympia in Moskau sowie deutscher Meister in Superschwergewicht. Aktuell bin ich Kampfrichter im Bodybuilding und bereite Athleten auf Wettkämpfe vor. Verwäsche Geist So Leute, vor dem heutigen Training möchte ich auf das Thema Verletzungsprophylaxe eingehen. Dazu gehören eigentlich die Handschuhe für mich dazu. Ich weiß, einige von euch trainieren mit Handschuhen, einige mit Bandagen und deswegen habe ich euch was mitgebracht. Wie ihr wisst, Daniel, schon seit Jahren mit Shiba-Fitnesshandschuhen. Ich habe schon viele Handschuhe probiert, aber Shiba ist wirklich der beste Handschuh, den ich bis jetzt gehabt habe. Ein Handschuh hat beim Training viele Vorteile, die den Athleten bzw. Kraftsportler unterstützen. Als erstes sind die Hände beim Training geschützt. Ihr vermeidet Blasen, Schwielen und Hornhautbildung, da die Hand in den belastenden Bereichen ausreichend geschützt ist. Auch im Bereich der wichtigen Handnerven, wie den Ulnar- oder Mediannerv, sind bei den Shiba-Handschuhen Polster eingearbeitet. Auch das Handgelenk wird mittels Handschuhbandagen stabilisiert. Ihr beugt Verletzungen im Bereich des Handgelenks vor, habt einen stabilen Griff und Muskelgruppen könnt ihr effizienter trainieren. Der Handschuh ist rutschfest. Ihr habt einen sicheren Griff, könnt also nicht mehr so leicht abrutschen und vermeidet Verletzungen. Ihr wisst, Verletzungen bedeuten Trainingsausfall und werfen euch wieder ewig zurück. Viele Trainings waren umsonst. Spart euch das einfach. Und außerdem ist das Training mit Handschuh einfach hygienischer. Ihr habt die Bakterien von dem Vorermann, der vorher trainiert hat, nicht auf die Hände drauf. Und der Handschuh hat einen Frottodaum und damit könnt ihr den Schweiß einfach abwischen. Was mir an Shiba-Handschuhen besonders gut gefällt, ist nicht nur die super Optik, was die haben, sondern auch die hochwertige Qualität. Und das ist anatomisch angepasst und dadurch hast du eine Bewegungsfreiheit. Das wird nicht eingeschränkt, obwohl man den Handschuh trägt. Man merkt das einfach nicht. Probiert die Handschuhe einfach aus. Ich werde sehen, dass ihr ganz anders trainiert. So, und jetzt ab an die Geräte. 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 So, ich schlicke bin. So, es gibt thousand Tebes sind microscope.